Bauerledig sucht, ist zurück. Hallo, Frau da. Hallo, Marco. Ich habe noch nie eine Frau geküsst, ich bin noch eine junge Frau. Die grosse Liebe zu finden, ist eine Herausforderung. Für meine grosse Liebe würde ich alles geben, was ich kann. Neue Bauern und Hofdamen. Hoi. Hoi, Monika. Ich meine, die Hölle, das würde ich auch geben. Einfach ein unterschreibliches Gefühl. Erleben romantische Abenteuer. Und ganz viel Liebe. Mein Herz schlägt schon ein bisschen höher. Bauerledig sucht. Ab Donnerstag, 12. August, 20.15 Uhr auf 3 Plus.